Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, meistens nicht. Trubigo? Trubigo könnte es schnell werden. Ich gehe halt nur Mittag nicht mehr in die Stadt, wo sie der Stadt rumschleichen. Wenn ich raus schaue, sehe ich nur Schwarz, kann man sagen. Rassismus ist sicherlich kein Standort von Teilen. Ich meine, wir sind die Welt offen. Jetzt haben wir gedacht, dass wir das vielleicht mal probieren, szenisch umzusetzen. Da denkt man fast, da hätte jemand sich die Mühe gemacht, die Schweiz darzustellen als bevölkert von einer Ansammlung von Idioten. Sind Sie Deutsche? Das ist für Sie aus der Schweiz eine Note für Sie. Denkt ihr jetzt gut? Ja, natürlich. Besser. Schuldgefühl ist in sich nichts Positives. Wir haben hier einen Entschuldigungstext. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich habe keinen Ausland für schlecht verhalten. Schlimm sind wir die Wippen nicht. Wer ist schuld? Willst du essen kommen? Guten Tag. Ich arbeite mit Lenkohol. Ja. Die Deutsche von der UBS hat ja ziemlich im Ausland geblieben. Hallo. Das ist gut möglich. Ich bin ein paar Unions von SWISSERLAND. Ich bin ein paar Unions von SWISSERLAND. Ich bin ein paar Unions von SWISSERLAND. Das war die Einzelneufel. Das war die Wippen. Vielen Dank.